Seit über 100 Jahren geht PostFinance neue Wege. Im Jahr 2013 haben wir mit der Umstellung zur Aktiengesellschaft ein neues Kapitel aufgeschlagen. Der Geschäftsgang verlief 2013 positiv. Das Jahr wurde mit einem Betriebsergebnis von 719 Millionen Franken erfolgreich abgeschlossen. Jahr für Jahr schenken uns mehr Kundinnen und Kunden ihr Vertrauen. So durften wir 2013 die 3-millionste PostFinance-Card in Schweizer Franken ausstellen. Zudem haben wir rund 965 Millionen Transaktionen verarbeitet. Damit ist PostFinance weiter die klare Nummer 1 im Schweizer Zahlungsverkehr. Und das auch online. Mit mehr als 1,5 Millionen E-Finance-Nutzern und bisher über 600.000 Downloads der PostFinance-Apps. Unser digitales Angebot wie E-Trading, E-Cockpit und PostFinance Mobile wächst ständig. Und neue Funktionen wie das Aufladen von Guthaben für iTunes oder Nintendo eShop kommen laufend hinzu. Immer mit dem Ziel, die einfachste Lösung für unsere Kundinnen und Kunden zu finden. Hinter diesen erfreulichen Ergebnissen und zahlreichen Innovationen stehen rund 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 41 Nationen. Diese beweisen täglich ihre hohe Leistungsbereitschaft, gefördert durch flexible Arbeitszeitmodelle, Aus- und Weiterbildungen und moderne Arbeitsbedingungen. PostFinance legt das Augenmerk auf einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und engagiert sich für die Nachwuchsförderung in Sport, Kultur und Wirtschaft. Der neue Hauptsitz ist das drittgrößte Minergie-Eco-zertifizierte Gebäude der Schweiz. Betriebsweit senkten wir 2013 den CO2-Ausstoß und bezogen den gesamten Strom aus erneuerbaren Quellen. Seit Januar 2013 sind wir Hauptpartnerin von Das Zelt Chapito PostFinance, welches mit seinem vielseitigen Programm jährlich rund 165.000 Besucher begeistert. Prominentes Aushängeschild unseres sportlichen Engagements ist der PostFinance Topscorer. Seit 2002 haben die Spieler mit dem Flammenhelm schon über 4 Millionen Franken für den Schweizer Eishockey-Nachwuchs erspielt. Sie sehen, PostFinance verfolgt den eingeschlagenen Weg zielgerichtet weiter. Wir tun alles, um unsere Kundinnen und Kunden auch in Zukunft noch besser zu begleiten. Den vollständigen Geschäftsbericht der PostFinance AG finden Sie unter postfinance.ch slash Geschäftsbericht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017